Musik Hast du Push to Talk drinnen? Nein. Aber ich höre auch keine Leute, die geredet haben. Also nicht einmal hat irgendjemand was mit mir geredet, Digga. Achso, und das Soundsystem in dem Spiel ist auch immer noch Müll. Finde ich. Persönlich. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet. Mauer, so du bist der Beste. Ja, wahrscheinlich kommt der Drei Einschuss wieder. Normalerweise ist hier unten auch immer noch mal gerne... Digga, das kann doch nicht sein, dass ich hier nichts finde. Was ist das für eine Scheiße, Digga, hier schon wieder, Mann. Ich höre hier doch noch eine Kiste, Digga. Wir können Leute by the way hören. Ihr labert doch Kacke, Digga. Ich höre niemanden. Ich höre niemanden, Digga. Ihr hört, Leute? Ist ja voll dämlich. Ich höre niemanden, Bruder. Ja, Kieskauer, was hast du da für eine Scheiße eingestellt, Alter? Super Einstellung. Wirklich. Top Typ. Alles Kieskauer, seine Schuld, Digga. Hier geht's. Irgendwo habe ich hier noch eine Kiste. Oh, warte mal. Headshot Sensor, gut. Oh, geil. Nein. Gut. RPK ist Meta. Die finde ich auch persönlich ziemlich geil, die Waffe. Der geht auf Akku. Ja, habe ich gesehen, dass der Headshot Sensor jetzt Akku hat. Weiß ich nicht, Digga. Finde ich eher komisch. Die Frage ist, mach ich den Stepper rüber. Ja, perfekt. Das Spiel hat schon mir die Entscheidung genommen. I was looking at the Minimap, dude. Ich habe nichts gehört, Chad. Ey, wallah, Bila. Ich habe nichts gehört, Chad. I was looking to the Minimap. Ja, dann wirst du halt das nächste Mal besser gucken, der Wichser, Alter. Stell doch kurz um. Ja, ich bin hier gerade mit in der Runde, Junge. Ich kenne das kurz. Umgucken, Digga. Dann funktioniert nämlich wieder gar nichts. Kieskauer, suchen wir mal die Einsteigungen aus, dass ich da gleich alles höre. Die Zone kommt genau in meine Richtung. Die Zona Rino. Moment. Aha, wo kommst du denn her, mein Junge? Bei meinem Talent weiß ich, gleich kommt jemand. Schmüll. Ich habe es ganz genau gewusst, Digga. Ich habe es ganz genau gewusst. Es ist immer so. Es ist immer das Gleiche. Denk an Sohn, ja. Was soll ich machen, Bruder? Der Typ wird da auf mich abcampen. Das sage ich dir jetzt schon so, wie es ist. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Guck. Ich habe es doch gewusst, dass der noch auf mich wartet, der kleine... Ah, jetzt wird es eklig, Digga. In die Zone laufen. Das war kein E-Mini. Das war ein tragbarer Radar. Das heißt, also theoretisch gesehen müsste hier noch ein Gegner sein. Normalerweise kämpft dann hier immer noch ein Gegner, weil der tragbare Radar ist immer nur für einen kurzen Augenblick zu sehen. Also, nee, für einen Moment aktiv. Oder sehe ich das verkehrt, Digga? Ah, sehe ich wohl verkehrt. Also eigentlich muss hier noch irgendwo ein Gegner sein. Eigentlich muss hier noch irgendwo einer sein, Digga. Das ist ja jetzt ein bisschen problematisch. Ja, entspann dich, Digga. Das ist ein bisschen problematisch. Ich muss in die Zone. Ah, ich muss von hier springen, Digga. und in den Winkel zumachen. Der wird Auge auf mich schmeißen. Das weiß ich ganz genau. Aber jetzt kann ich Auge auf ihn schmeißen, eventuell. Er muss auch in die Zone. Er wird nicht direkt in der Zone gelandet sein. Er muss jetzt hier open field laufen, wenn mich nicht alles täuscht. Da vorne ist er. Digga, hallo. Wo ist die Bitch hin? Ach, nee, Digga. Oh, nee. Komm, wir sind schneller. Wir sind schneller. Schwimm, schwimm. Wie eine Karzelle. Nein, die Karzellen können nicht schwimmen, glaube ich. Weiß ja jetzt nicht. Spielt auch keine Rolle. Oh, nein, nein, nein. Von wo? Von wo? Von wo? Ah, Digga. Das ist so eine Scheiße. Jetzt bin ich wieder tot. Ah, never mind. Hey. 25 waren übrig. Der Feind hat uns geschlagen. Aber wir kommen auf den Veränderungen. Machst du nichts, Digga. Kannst du nichts machen, Digga. Kannst du nichts machen. Hat wieder irgendwo rumgecampt. Man kennt es. Aber war eine gute, ganz gute Runde, Digga. Schaltet alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Der Feind nähert sich. Stopp! Du Loser, Alter. Learn to play, Bitch. Ey, das ist Monte. Monte, ich liebe dich. Monte, ich liebe dich. Jungs, bitte auf dem Dach, wer kommt. Monte. Ein Kuss auf die Lust. Ich bin auf dem Dach, wer kommt. Monte, ich komme nicht auf dem Dach, ne? Was? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ich komme auf das Dach. Ja, komme auf das Dach, Digga. Da warte ich auf dich. Ne, nicht schütten. Nicht schütten, Monte. Ich komme auf das Dach, Digga. Da kommt deine Mutter auch immer. Du ehrener, Sade, ja. So. 1, 1, vor der Aufsicht. Aha! Na ja. Aufklärung online. Interessant. Chip. Ich bin in der 3, ich bin in der 3, ich bin in der 3, ich bin in der 3. Die campen alle, der Digga nicht. Nichts, Monte. Der Herdschlag-Sensor ist ja ein ganz großer Moist-Thema. Ja, Digga. Ohne Herdschlag-Sensor. Ohne Herdschlag-Sensor. So, hier wechseln. Testungen lokalisiert. Die Ziele sind auf der Taktikkarte markiert. Digga, der macht ja jeden Chili-Vanilli, Alter. Ich sehe hier einfach keinen gerade. Wo bist du denn? Ich komme jetzt. Das ist Einschusswaffe, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße, Junge? Oder ist das, ist das normalerweise eine Einschusswaffe? Oder ist das, habe ich sie aus den umgestellt, Digga? Ich drücke da rauf, schieße es nur einmal. Ist das Einschusswaffe gewesen oder eine vollautomatische, Digga? Das war ja richtig Müll, Digga. Ist das Einschusswaffe? Ach, was für ein Dreck, Digga. Ne, das war nicht der Gegner. Der hätte sonst was gesagt, hätte er mich getötet. Der hätte euch gegenüber. Dann bringe ich euch wieder die Zeit, Leute zu töten. Digga, ich schieße ihn auf den Kopf, Alter. Aber ich muss wirklich sagen, das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt hier in dem Spiel. Der Gulag, Digga, ist so ein Müll, Digga. Gulag besser als der alte. Ja, weiß nicht. Also wie gesagt, Gulag mit zwei Mann, wenn du Solo spielst und dein Kollege entscheidet, also der Random entscheidet auch darüber, ob du weiterkommst oder nicht. Angriff Freigabe für alle Ziele. Der Fall nähert sich. Okay, Jäger. Ja, der hat so übelst die Party laufen gehabt. Digga. Komm her, hier. Hallo? Hallo. Team, Team, Team. Team? Team, Team. Bist du das da hinten? Bist du das? Ah, Team, Team, Team. Ja, ja. Beim Team kann ich nicht machen, Digga. Jeder Solo. Ja, okay, Solo. Vielleicht später, Team. Kein Bock rauszufliegen. Kommst du wieder nach Bordeaux? Hallo? Wann bist du denn Bordeaux? Das ist egal, was er ist. Nach Bordeaux, ich meine ich. Nach Bordeaux. Digga. Wann kommst du wieder nach Bordeaux? Wo bist du? Digga. Digga. Ja. Wir gehen raus aus dem Spiel, Digga. Ist ja lustig, Digga. Aber ich kann meine Runden nicht spielen. Ich kann meine... Und das wird halt wieder das Problem. Ich kann meine Runden in dem Spiel nicht spielen, Digga. Jede Runde. Das war... Screen verdeckt. Gemutet. Trotzdem... Drei Leute, glaube ich, da gewesen. Bis zum nächsten Mal. noises �